Ich versteh ich auch nicht so, ich bin ein richtiger Mann. Ich lauf immer einen ganz kurz. Immer ohne Buchse. Aber ohne Haare an den Beinen. Untenrum frei und rasiert. Bei diesem Tisch sehen wir in Fachgesprächen, wo geht die Sonne auf? Wie kriegen wir seine Füße am besten in den Dampen? Ja, ich bin Henning Fengels, 27 Jahre alt. Was ist das Worst-Case-Szenario beim WHEW? Ausstieg. DNF. Das wäre für mich glaube ich, ich glaube danach hänge ich die Laufschuhe an den Nagel. Ja, ich trainiere da jetzt seit ein Jahr für, habe auf sehr viel verzichtet, verzichte aktuell auch noch auf viel. Ich habe sonst auch schon mal ganz gerne ein Bier getrunken, auch schon mal zwei, drei mehr. Dann haben wir komplett zurückgeschraubt oder auch andere Sachen, wo andere Leute dann irgendwas unternehmen. Und ich muss noch 30 Kilometer oder was auch immer noch irgendeine Trainingseinheit abspulen.